Setzen Sie ein, Präpositionen. Ich bin in der Küche. Ich gehe in die Küche. Ich fahre mit dem Auto. Ich sitze im Auto. Ich gehe zum oder ins Auto. Ich bin im Bad. Ich gehe ins Bad. Ich komme aus Spanien. Ich bin in Spanien. Ich fliege nach Spanien. Ich setze mich neben dich. Ich sitze neben dir. Ich stehe am Fenster. Ich gehe zum oder ans Fenster. Ich fahre nach Hause. Ich fahre nach Hause. Ich komme von zu Hause. Ich komme von zu Hause. Ich spiele im Garten. Ich gehe in den Garten. Ich gehe in den Garten. Ich gehe in den Garten. Ich steige aus dem Auto. Ich steige aus dem Auto. Ich lege es ins Auto. Ich lege es ins Auto. Ich sitze am Tisch. Ich setze mich an den Tisch. Ich setze mich an den Tisch. Ich gehe in den Tisch. Ich gehe in den Tisch. Ich gehe in den Tisch. Er macht sich auf den Weg Er steht im Weg Er ist auf dem Weg Sie sitzt auf dem Stuhl Sie setzt sich auf den Stuhl Sie nimmt den Stuhl mit Er geht nach Hause Er ist zu Hause Er geht ins oder zum Haus Er ist im Haus Sie sitzt an der Bar Sie geht an die Bar Sie geht in die Bar Sie trinkt etwas Er schreibt es an die Tafel Sie steckt es in die Tasche Es steckt in der Tasche Sie nimmt es aus der Tasche Es fällt aus der Tasche Die Tasche ist auf dem Tisch Sie stellt sie auf den Tisch Sie sitzt am Tisch Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr es mögt Setzen Sie ein Präpositionen Er biegt an der Ecke ab Er biegt nach links ab Er biegt an der Ampel Er biegt an der Ampel ab Er steht an der Ampel Er steht an der Ampel Er fährt über die Kreuzung Die Ampel ist an der Kreuzung Die Ampel ist an der Kreuzung Das Auto parkt auf der Straße Sie stellt das Auto auf den Parkplatz Er ist im Park Sie durchquert den Park Sie durchquert den Park Er geht durch den Park Der Brunnen ist im Park Sie setzen sich in den Park Sie setzen sich in den Park Sie sitzen im Park Sie gehen zum Tor Sie stehen am Tor Sie stehen am Tor Sie warten am Rand des Parks Sie warten am Rand des Parks Sie sind in der Nähe der U-Bahn Er kommt aus der U-Bahn Er kommt aus der U-Bahn Die U-Bahn hält an der Station Sie steigen in den Zug Sie steigen in den Zug Sie fahren durch den Tunnel Sie fahren über die Brücke Sie fahren über die Brücke Sie fahren über die Brücke Die Bahn ist im Tunnel Sie kommt aus dem Tunnel Sie sind am Fluss Sie gehen den Fluss entlang Sie gehen nach oben Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr es mögt, dann gebt mir ein Tipp Setzen Sie ein Präpositionen und Artikel Ich gehe ins Bad Ich komme aus dem Bad Ich bleibe im Bad Er steht vor dem Laden Er geht in den Laden Er geht im Laden einkaufen Er kommt aus dem Laden Sie sitzt auf dem Bett Sie setzt sich auf das Bett Sie fällt vom oder aus dem Bett Sie liest im oder auf dem Bett Er kommt aus New York Er lebt in New York Er zog nach New York Sie setzt sich auf den Balkon Sie ist auf dem Balkon Sie schaut vom Balkon herab Er nimmt den Zug Er sitzt im Zug Er wartet auf den Zug Er fährt mit dem Zug Sie steht an der Straße Er geht über die Straße Sie wohnt in der Leostraße 5 Sie wohnt in der Leostraße 5 Sie lebt an der Bahnstrecke Sie zieht aufs Land Sie zieht in die Stadt Sie lebt in der Stadt Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet Bis dann, ciao! Bis dann! 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 Bis dann!